Oh ja, Evo Skellis sind mittlerweile ja so balanced! Oh, hat wieder gefehlt! Moolite am Sahnen! Wir sind da! Let's go! Im heute Clash Royale-Video zeigt dir das zurzeit beste Deck in Clash Royale. Dieses Deck ist mit Abstands-Bestdeck, um Trophäen zu pushen, auf Ultima-Divide-Champions zu kommen, ohne ein neues, bestes Finish zu erreichen. Wie du dieses Deck zu spielen hast und warum dieses Deck mit Abstand zurzeit das meistdominierte Deck von allen Pros ist, das siehst du jetzt. Wenn du solche Videos nicht verpassen willst, auch gerne mal einen kostenlosen Daumen nach oben lassen und den Kanal abonnieren und gerne auch Code Morton im Shop eintragen. Zurzeit geht's nen CR nicht, also macht's gerne Brawl Stars. Yoko. Was spielt Yoko, Digga? Irgendeinem psychosen Golem-Deck oder so. Okay. Gute Defense. Joa, der Ghost ist halt am Wurm so, ne? Der Ghost ist halt am Wurm so. Was ist nicht mehr derselbe, seitdem er sich einwillen lassen hat? Alle sagen das. Ja, gut, die Fans. Okay. Ich will das nicht poisnen eigentlich. Ich will das poisnen. Ach du heilige Mutter Therese, sein Ugo's Enkel, sein Vater. Es ist aber nur ein Hit, oder? Zwei, okay. Oh ja, Bomber. Geh ich links. Ich muss auf jeden Fall allzeit bereit sein. Ist das ein Hit? Ne, ein ganz. Ist das ein Hit? Ja. Yes. Hilfe, wie viel Damage, Digga? Aua. Pipo, aua. Ja. Ja. Er muss ja defensiv was committen. Das ist das Wichtige für uns. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, ja. Evo Skellis sind mittlerweile ja so balanced. Die sind ja immer noch, die sind ja gar nicht OP. Ja, die sind tot, Digga. Du kannst nicht mehr spielen. Was, spielst du eh was? Ich bin doch tot. Ja, Bro, die war Bro, Digga. Feierst du keine Nähe mehr als Pünster? Klar. Der spielt doch auch Duel. Aber der ist übel slow. Wenn wir verlieren, ich gehe oben. Okay. Ja. Komm, komm, komm. MAAAAN! Nein, der hitet nicht, oder? Geht jetzt auf den linken Turm? Ja, oder? Das wäre sexy. Nein, das wäre zu sexy gewesen. Da war ich ein bisschen zu Pipo, Pipo gehofft. Hoffen. Wow. Lusen bei minus 40. Leute, das ist keine gute Einstellung. Versteht ihr das? Ah, Junge, mein Ghost! Oh mein Gott, mein Ghost! Ist so ein Opfer! Bruder, was macht mein Ghost? Ich will das nicht mehr. Und ich kann das nicht mehr. Okay, Leute, ich mache einen Viney. Junge, das ist halt jetzt schon so krass viel Damage-Rückstand, den wir bekommen haben. Nur wegen diesem Fick-Ghost war er nicht attackt. Er hat halt nichts gemacht, genau ist das Problem. Weil er ein Versager ist. Versager-Ghost, sage ich. Okay, das macht er jetzt rechts. 2 Gyre. Schatz. Oh, ich habe mein Feuerstück mit uns genoodled. Ja, das ist halt verloren, Digger. Ich kann das ja nicht mehr comebacken. Dafür ist die Situation halt zu schlecht. Ja, gab's doch so broken, Junge. Digger, mein Ghost macht gar nichts. Das ist haltbar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ך Bel crimin fingernail, 2019 untertitelung des ZDF, 2020 �� Das reicht nicht, ich muss noch was setzen, Holz, okay, kann der Drill, kann der, kann der bitte sterben, der Little Prince? Nein. Match! Ja, Log kommt early, jetzt muss er noch Kobold den Kometen, der hat gefehlt, Molite hat gefehlt! Nein! Po! Psychose. War mir nicht gut vorliegen, Pozen. Jawohl, er muss noch Loggen... WÄÄÄH! Ja. Oh, hat wieder gefehlt! Moolight am Sahnen! Oh, holt die Sahnspritze raus, ihr geilen Fickschweine! Holz, gut Holz. Psychhose. Päusen. Guter Päusen. Ein Kobold muss an den Turm kommen. Ne, alle drauf, Morita, aber ist okay. Das war's. Morten, Royal, gewinnt das Denk gegen Moolight! Let's go! Eingeschult! Eingeschult! Und das ist das, was uns auszeichnet. Das regelmäßige Einschulen. Let's go! Let's go! Top 20 der Welt. Okay, guter Start, Hübichwer. Guter Start, Hübichwer. Spielt einfach noch Miner. Ich dachte, Miner wäre tot. 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 warum wünschen sich jetzt leute das drill todes ist nicht voll fies klar mein, mein, klar mein ghost trifft klar, klar, mein ghost trifft den tesla wo er im boden ist klar, 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 klar everything is gonna be alright poison wir das nochmal auf zack basis komm holz poison so, as it will aber langsam eine harte angelegenheit ein hit ne, 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 ne ne, 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 ne gehts aber gut aber liegt der ne Okay, das ist gut für mich Holz Komm, mach jetzt einmal ein bisschen Damage Bitte Let's go Per PegaChamp Yes Spiel doch auch wieder irgendein Psychosendeck Gibt es eigentlich auch Leute, die keine Psychosendecks mehr spielen? Ich meinte, du bist fair, ich bin selbst ein Psychosenmann Okay, wir haben ein Matchup Wir müssen kochen, Chad Wir müssen kochen Ja, okay Ja, okay Ja, okay Come on, hit Oh Oh mein Gott Dega, das war einfach eine Doppelconnection plus dein Evo Bomber ist gestorben Ich bin ja fett abgesaftet Hm Hm Ja Jetzt anders spielen sollen, hätte er erst den Go schmissen und dann Fire Spirit Egal Geht klar, geht klar, geht klar Es geht klar Geht klar Kevkull 45 Morde Oh mein Gott, das ist eine Royale Kustiky Bring mal aggressiv Päusen, das Doppeltext Plus Er hat seinen Ghosty-Mosty gefällt Ghosty-Mosty Nein Nein Wää Okay Päusen Also eigentlich sollte Pippo Morden das nicht mehr verlieren Da Ja looking Auf Top Das Der 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 Des Der ja was gute was gut wir waren es auch nicht schlecht aber das sind ich bin reich ich bin reich und scheiß auf alles